hi freunde willkommen zum nächsten test heute ist eine kleine batterie dran für 4 euro 50 und zwar die chris boss palm batterie von xplode sie hat neun schuss in der 20 millimeter variante und hat 91 gramm nem nein sorry es sind 25 millimeter ja ich habe mich gerade verlesen 20 sekunden brenn dauer waren es deswegen entschuldigung dafür und wie gesagt 25 millimeter dann sind wir uns gleich draußen zur zündung der palm batterie chris boss xplode chris boss oder creepers ich komme gerade nicht auf den arm so 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 Schalacko! Schalacko! Schalacko!